um jetzt gern zu werden der und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen let's play der führte die eine und kommen heute aus dem mann also wir spielen heute Left 4 2 Ähm, ja, das wird ein längeres Let's Play werden Nein, nicht Beta, Beta ist für Linux Ja, das... Hä, Linux hat erst eine Beta Aber... Haben die das noch nicht weitergemacht? Ach, egal Ähm, also ja, das... Wir spielen alles durch Ich hab vergessen, das Cap of beschäftigt zu stellen Und... Ähm... Was zur Hölle? Woher hast du das? Na, als App natürlich Das sollte man dir sofort wegnehmen Das waren meine zwei Grundknöpfe, die ich auf... Auf meine Home-Taste, ohne die App öffnen zu müssen Draufgepackt hab Hm Also ja, ich bin der Cerudor, ähm, mit mir ist der Joy So heißt der hier auch Du hast ein Erzählmann freigeschaltet Du warte lange in der Warte, äh, warte lange bis zum Spiel Ich hoffe für dich, dass die Musik nicht geschützt ist Nein, das ist... das ist... das ist nicht geschützt, diese Phasen Creative Commons oder was? Das ist Benni Hill Das ist... das... Ich will keine Axt Hier so brutal Den... Hm... Auf fortgeschüttet, ne? Auf fortgeschüttet Alter, ich hab so ewig nicht mehr Elefadet gespielt Ja, ich auch nicht Wenn ich hier gehe, fühlt es sich so an, als ob ich über den Boden schwebe Hm Für dich auch? Oh Gott, ich schieße sie schon ab Ich hab dir den Arsch gerettet Das hast du nicht, schüttet Erstmal hab ich dir den Arsch was gewollt und dann hab ich ihn gerettet Das hättest du mir gerne Du Sau Hey, hey, hey Das habt du ja grad das Leben gerettet Weiß noch nicht Hörst du, dass die Boden nicht deswegen aus? Deshalb, dass ich dir das Leben gerettet habe? Ja, da werde ich mich auch ausprobieren Ach, damit wirst du mich noch ärgert Julia Springe aus dem Fenster, los Okay Da ist das Fenster, wo man nicht wieder zurückkommt, los Also Du zuerst Rückwärts zum Fenster, okay Drei Zwei Moment Jetzt hab ich zwei Lohn Okay, jetzt Mist Ähhh Hallo Kopf Oh Scheiße Ich dachte das wäre dieser Ähm Dieser Latt war jetzt rückwärts geht so Piep 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 Ich hab die Knappe ewig Coach Coach Rückwärtsgang Piep Oh, Alter Der Zombie hat mich kurz geschubst Piep Also die Knappe Tiger du hast genug Spaß am Feuer Ja, ich weiß Warte mal, warum wird sie so gelb angezeigt? Ich nicht Tiger, das heißt sie wurde angekotzt Ach ja, okay Aber das war ziemlich lange Ja, ich bin jetzt gar nicht klar gekommen Er lebt noch Jetzt ist er tot Nicht zu mir kommen Tiger geht's natürlich zum Nicht zu mir kommen Äh, sie kommen nicht So, das musst du denen ja nicht übel nehmen Die sind nicht im Sprache Die sind nicht mit uns, das ist geil Hallo und herzlich willkommen zu unseren Nachrichten Da siehst du das, ein Hunter ist ein Affe Ja, hab aber nicht grad zu sagen, jetzt hast du den Hunter aber bütend gemacht Ich Hey Tiger, los, geh rein, oh mein Gott Ich glaub, das hab ich jetzt nicht erwartet Das hab ich jetzt nicht erwartet Ich hab noch nie im Leben die Tür da aufgemacht Deswegen hatte ich das jetzt gewundert, warum da jetzt Feuer rausgekommen ist Es kommt immer raus Ja, okay Ich schonmal als mein Ko... Was? Alter, wie blöd ist Tiger? Äh, ich werf die Boomer Kotze Ich werf die Boomer Kotze Tiger stellt sich vor mich und wird von der Boomer Kotze getroffen Mein Ping ist nicht schlecht, unser Ping ist ungefähr gleich Ich glaub, das liegt am Server, dass wir so 50 haben Ich hab den Knopf gedrückt, hu hu Also dieser Tiger hat auch schon schlecht Schau, als es hier keine Fahrstuhlmusik gibt Na 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 Ich mach jetzt mal die Fahrstuhlmusik, die ich mich noch erinnern kann die 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 ich habe das noch gerade gemacht nur ein bisschen anders ich hab da gesagt wird ein auch zu so ist kurz getroffen ich vergesstelle ich dass wir auf was geschnitten spielen dabei habe ich ja wohl ständig aufgrund des Spiels schießt was die ich sehe nichts also gibt mir meine Deckung her was schlusser was der Fall hat und deshalb weiß ich auch nicht mehr mein zu holen und er meint die nicht ich nehme die Schockgang damit fühle ich mich stark alter teiler geht ganz allein nach vorne ich glaube teiler sind das könnte sein also ich kann inzwischen zugeben dass ich nur wieder bin als du war es sagt doch so was nicht das stimmt aber ich brauche immer ein bisschen Zeit um mich an Ego also an ein Spiel zu gewöhnen aber wenn ich es gemacht habe ich auch aufgebaut zumal in der Sassenskrieg auch Gott die Böse 2 gezogen Amitveil hat die gerettet macht ihr nicht mehr mit die pick mehr wir haben die zweite herrlich okay stirbt nicht auf meinen Zeichen Prozent bitte mal hier kommen Dankeschön so ersten Teil vom haben wir gar nicht mehr schafft oder wie Ich spoilere jetzt ein bisschen über das Herz. Okay, nicht wirklich spoilern. Nein, das kann man, ich sag nur, ich hab alles, ich hab's auf 100% durchgespielt, hab alle Sachen, die man haben kann. Und da sind die Gegner einfach, können dir nix tun. Hey, über was gehst du jetzt? Assassin's Creed 4. Okay, hab ich mir jetzt schon gedacht. Die können mir einfach nix tun. Ich kämpfe hier schon nur noch mit den Händen und mit den Pistolen. Wo fängst du jetzt eigentlich mit dem Thema an? Spielst du grad nebenbei, ist es jetzt ein Squid 4? Nein, ist es hier, also, ich hab's schon durchgespielt. Ja, ist mir schon klar. Ich spiel jetzt den Multiplayer, ständig. Aber, solange man, der Schiff nicht geupgradet hat, ein bisschen, ist es ziemlich schwach und dann macht es nicht so Spaß. Ja. Auf welche Art kann man denn das Schiff so richtig aufbauen? Also, ja, sowas wie Verteidigung. Also, das Schiff, wie es du isst, da galtst du erstmal so schwächere Schiffe an. Die haben aber Holz, kein Metall. Oh, okay. Und du brauchst eben Metall und Geld. Aber Geld zu verdienen ist eigentlich nicht schwer. Hm. Du kannst ja Lagerhäuser aufbauen, aber die geben dir nicht viel mitteilen, nicht auch treigend. Danke. Ich hab jetzt ganz geheim die Tür aufgemacht. Zumindest einmal. So, Eddie, wir rushen jetzt durch. Rush, rush. Oh, okay. Das hättest du immer ruhig früher sagen können. Also, du wirst einfach mit mir vorne. Ich kann mich auf dich verlassen. Bis sonst der Tod schallt. Hey, ich kann man den Besucher zurück zum retrouvereig. Mit der Schatten. kommen in zwei aber ich glaube ich bin mir bald meinen Server und der ein Bier an und ich Kasten mit spiel RG aber ich habe mich das ist sicher vergewaltete Vorjahreste das ist gar nicht so gut aber weiß was als ich das Spiel angefangen habe zu spielen wird auch auf das stand am Anfang immer er wenn er sie hat nagelt er sich ich denke so was muss ich glaube dass du oder so das in sie wollen damit damit heraus dass du da war nicht mehr befreit werden kann auch für also nur ein anderer dich halten kann ein Name gesagt schade weg da es ist richtig formuliert wenn ich den Bastard als ähm nennen wir ihn doch mal einfach Mist gebohrt verzeichnet welchen Bastard ach hier so spricht du also über mich das ist nicht aber den einarmigen achten einarmigen der sagt dass ich zwei Arme hat haf woher weißt du das spielen jetzt um mich aus Adrenalinspritze 3 die geben 8 Tage hat hat Heiger nicht so viel Langeweile oder worden mit der nächstes hat 8 jahres erneut ein gar nichts genommen vor dieser Wissen doch nun so ein ich schieße jetzt ab habe ich eigentlich schon mal eine eine vor der zwei letzten Ender Bau schießt auch etwas abhält müssen müssen wo ist sie ach da ich reine jetzt weg und oh gott sie greifen die körperlichen was er hat einen anderen umgestoßen ich glaube wenn der eine zu weit weg ist oder so dann egal nicht mein problem ich bin glücklich so wie es passiert ist so schratzt mann ach der kann schon von da unten eingreifen so ein Arsch dem kürziger Leer ach ich habe ich was ach das war Bänder was auf der Brommer 8 da oben da war ich nicht mehr so weit ich darf schon von hinten kam einer erneuter Verbindungsversuch zum zimmer ist das auch auch gelangte sein bringt aber gar nicht schlecht und von 40 und das ist bei mir öfters kurz so zum Beispiel die Schuflöschen sagt sie eine auch einfach Verbindungsabbrüche Hallo Internet was mein Internet immer mal wieder absprach in letzter Zeit ich weiß nicht mehr warum okay es scheint wenn sie wieder um nicht zu gehen und aber entweder es ist gut oder verschwindet komplett so ist es bei mir bei dir auch bei dir auch ähm also es verschwindet schwimmt bei mir nicht komplett zum Beispiel früher als ich den Computer anmachte hatte ich sofort eine Verbindung jetzt muss ich erstmal den WLAN-Stick Programm Aktie öffnen also es öffnet sich von selbst aber dann muss ich noch auch ein Du hast einen WLAN-Stick? ich muss dann noch auf den Knopf drücken damit er das ganze verbindet und dann habe ich aber von selbst macht das irgendwie nicht mehr oder erst nach einer Weile wenn ich nicht also Hilfe mir ja das schaffe ich nicht allein ach du wirst grad von einem Charter ich würde von einer Missgeburt angekriegt boah das ist jetzt aber voll Mobbing hier ich habe auch Gefühle hallo ach ja du hast recht von einer Misskreatur wir wissen nicht ob sie rausgeschlüpft sind und wie heißt es so schön der Feind meines Feindes ist mein Freund damit meine ich es natürlich der Charter ist mein Feind ja weil ich dein Freund bin du meinst damit der Charter ist dein Feind und er ist auch mein Feind also sind wir Freunde hm bevor aber das ganze los geht oh man äh äh weh sollen wir eigentlich die ganze Kampagne durch spielen oh ja ich würde schon sagen nein nein ich meine als Let's Play also alle fünf Kampagnen ja bevor wir zu den Custom Maps kommen ok gut wollte ich nochmal Bescheid wissen ok schaust du auch auf die Zeit ich hab äh ja die Zeit natürlich aber ich schneide das dann nicht zurück ach aber wenn nimmst du nicht mit OBS auf ne ich nehme mit Fabs auf du bist voll retro du bist voll retro ich will die Kampagne ich hab mich grad über ein Geräusch aus dem Wohnzimmer übelst erschreckt aber das hat mein Vater am Decke gehen so ich heim mich mal und nehme mir ein Medipack haha hab Stefan weg da sind doch noch mehr oder doch da sind glaube ich immer drei oder so früher haben wir es ja gesuchtet also weiß ich ungefähr ja oh ja danach gab es eine Zeit wo es keine Sau mehr gezockt hat dafür gab es aber wir haben aber trotzdem gespielt wir haben auch als keine Sau mehr gezockt hat bist du bereit nein nicht alle nicht öffnen nein 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 ich wollte schon ob sie es öffnen wenn ich so vor der Tür so abwärts ich nehme die Coke okay okay äh ok da muss ich ja hat geklaut er muss sterben 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 ich habe ihn abgeschossene Penner das ist ja cool das ist ein mainstream und erster ist jetzt mehr ins Leben ich kann wenn man einzeln praten und so viel an diese nicht kopiert wenn man aber jetzt irgendwie alles benutzt und schon wenn man jetzt größtenteils des Sons übrigens ich würde eigentlich sagen dass wir custom maps dann jetzt wenn wir nicht mehr die Gruppe zusammen bekomme eigentlich haben wir ja vier Leute die die Left 4 Dead 2 haben wir haben sogar mehr wir haben viele aber das Problem bei den meisten sind wenn wir zwei Zeit haben und wir sind eigentlich die besten zwei von der ganzen Gruppe so haben die keine Zeit sagen sagen wir es mal so ich kann um Wochenende Zeit war es es geht aber nicht direkt am Wochenende die meisten hat er ist ja mal genau dann weg wenn wir es sollten an sich haben wir genug